Der Wohlstand unserer Region gründet sich derzeit auf die Branchen Automobilindustrie und Maschinenbau. Ich glaube, wir alle wissen, dass sich diese Branchen massiv verändern werden. Wir wollen schlicht und einfach einen Beitrag leisten, damit dieser Veränderungsprozess bewältigt werden kann. Für uns ist der neue TUM Campus Heilbronn wirklich eine Jahrhundertchance. Dort können wir das Thema Familienunternehmen erforschen, das in der BWL in Deutschland lange Zeit vernachlässigt worden ist. Und ich glaube, das ist für uns das Beste, was wir kriegen können. Familienunternehmen sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Und im Hightech-Bereich ist Heilbronn eines der stärksten Zentren in ganz Europa, getrieben von diesen Familienunternehmen. Und dafür kommen Familienunternehmen in der Wahrnehmung, der Ausbildung und auch in der Forschung viel zu schlecht weg bisher. Das wollen wir hier ausbessern. Wir haben viele, viele Ideen für die Entwicklung der Region Heilbronn-Franken. Und ich denke auch, die Kooperation, die wir jetzt begonnen haben, ist ein Anfang und wird sich sicher sehr, sehr positiv weiterentwickeln. Mit dem TUM Campus Heilbronn haben wir tatsächlich das erste Mal den deutschen Bildungsföderalismus überwinden können. Das erste Mal geht eine staatliche Universität ins benachbarte Bundesland und das ist etwas, was natürlich in einer modernen Welt unbedingt notwendig ist. Da sitzt Heilbronn mittendrin und erweitert sozusagen den Aktionsradius der TU München in der Kooperation mit globalen Playern der Unternehmenswelt, hier mit den Familienunternehmen auf verschiedenen Sektoren, insbesondere die digitale Transformation. Bei denen fällt das Familienunternehmen in der Regel etwas schwieriger, die Vorteile dieser Technologien zu nutzen und wir können ihnen dabei helfen. Und deswegen sind wir da und da freue ich mich drauf. Ich glaube, egal ob Sie Wissenschaftler sind oder Unternehmensgründer, wir sind vom Gleichen getrieben. Und das ist letztlich dieser unternehmerische Spirit, eben was zu verändern, was zu machen, nicht zu warten, bis sie andere machen, sondern selber zu machen. Und darauf kommt es an und deswegen stehe ich dafür ein. Und wenn Sie mal in die Augen dieser jungen Unternehmer geblickt haben, dann wissen Sie, dass die brennen für ihre Idee und da müssen wir ihnen helfen dabei. Das ist das Schönste, was man machen kann. Und wer Singapur kann, muss auch Heilbronn können. Und das ist das Schönste, was man macht.